servus und herzlich willkommen zu einem weiteren part hier bei barn finders mit eurem baubast und ich habe das letzte mal echt lange gebraucht also den part den ich aufgenommen habe der war fast 50 minuten lang ich weiß jetzt nicht auf was wie viel ich ihn geschnitten habe jedenfalls 50 minuten ich bin halt ewig rumgerannt um diese blöde karte zu suchen und dabei lag die da hinten einfach neben dem fernseher also neben dem gerät im grunde lag die karte und ich habe mir dann den wolf gesucht es war übel so aber jetzt heute geht es hier mal abwärts da geht es rein hoffe ich zumindest da bin ich rein da bin ich rein da bin ich danke okay die ip rooms die ip rooms bin mal gespannt was wir noch so alles finden werden so außer holz und metall die vision von leben auf dem mond das ist noch mal so eine röhre okay alles schön einsammeln ihr kennt mich ähm kommte me you are not alone so da haben wir wieder irgendwie in der code wenn dabei erst einmal hier alles weg sammeln weg zerstören erst mal hier umschauen water pump station tür mithilfe des dietrichs öffnen okay storage area network also da scheinen irgendwelche dinge nicht zu funktionieren drücke zur interaktion warum stehen da so viele von diesen automaten weil man kann ja nichts mehr auf upgraden egal so warte mal wo gehen wir zuerst rein man hat ja keine map oder sowas dann machen wir einfach mal diese tür hier auf hallo hallo schatzi ich bin zu hause ich höre es so was haben wir denn da milchiger ozean ein sammler objekt das ist moderne kunst keine ahnung da hinten haben wir einen neuen boden oder irgendwas oh cool the land of america das kann ich aber nicht mitnehmen ne schade die lampe kann ich an und aus machen ein oh ein laptop der kj 30 medium artikel nehmen wir natürlich mit ist klar oh noch ein chef sessel super also verkaufen können wir hier einiges da noch da noch das können wir leider nicht mitnehmen das können wir mitnehmen so was haben wir denn da boden aufwertender auf was werden der sammlung irgendwas hinzugefügt ich kann das immer nicht lesen weil das ist eine wort aufwertend irgendwas geht immer so schnell so oh ein schubkasten für was bauen die da einen schubkasten rein wenn sie dann nicht irgendwas verstecken das wäre eigentlich dann ideales versteck da haben wir noch mal zwei türen da haben wir noch mal metall in einem sofa wir hatten es ja auch schon mal das unter noch ein tisch unter dem sofa eine karte lag ne den kann ich verkaufen cool ok halt die uhr noch mal gucken schade die geht nicht äh so zigaretche da ist nichts drin aha schlafzimmer was ist das für grüner schimmer da hinten man weiß es nicht richtig nach feier schaut es nicht aus nie das ist 72,5 grad hm schönes schlafzimmer was für ein herrlicher ausblick wenn man von hier jetzt nicht noch die erde sehen würde aber das ist ja soll ja die rückseite des mondes sein irgendwie gehen die schubkästen nicht raus ok scheint buggy zu sein ok dann hier das baderoom ups nico ok da ist nichts weiter da haben wir auch nichts zu verkaufen die goldene schüssel äh toilette schornler flasch hatten wir die nicht auch schon mal das kann ich nicht mit seiferspender aha der blinde spiegel ansonsten war jetzt hier auch nichts ok aber interessant war es trotzdem und das ist das mit dem dietrich sagen wir mal erst einmal die türe noch also ich bin mal gespannt ob ich hier mal alle gegenstände finde auf einmal hausflipper definitiv hausflipper 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 lampe light bright nichts drin hier sehen wir unser geliebtes america aha Aha, die Fahne. Musik ist aber gut, oder? Was meint ihr? So, alles schön festticken. Der Tisch bleibt. Man lässt die Musik hier so ein bisschen auf sich wirken. Die Uhr ist auch nichts. Miko, it should work. Okay, dann haben wir wieder Bierdosen und Flaschen. Mika Bier. Reinheitsgebot von Gebrauzeit. Hier ist es. Da ist nichts. So, einfach mal ein bisschen Müll einsammeln. Aber das ist auf jeden Fall Hausflipper, diese Lampe auch. In der Tür ist nichts. Ja, dass ich da mal ein Poster oder sowas übersehe. Aber da ist nichts. Okay. Das Badezimmer. Schade. Nochmal eine Toilette, die wir verkaufen können. Hier ist kein Toilettenpapier drin. Hier liegen sogar Bierdosen in der Dusche. Okay. So. Wir zerstören halt alles, was uns so unter die Axt kommt. So. Gucken wir mal, ob wir das Schloss knacken können hier. Gebrauze? Gucken wir mal. Gebrauze? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja? Genau? Ski. aktivieren weil hier ist ja grün da ist rot also müssen wir da irgendwas machen irgendwas aktivieren wahrscheinlich was haben wir da ach das ist das von dem Flammenwerfer yes wieder ein neues Puzzleteil cool da oben ist auch nichts da liegt ein Päckchen Zigaretten drin das ist natürlich sehr gut so was ist mit dir? oh dich kann man auch zerstören irgendwas an der Wand schaut so aus als würde es schneien seltsam so bevor wir mit ihm hier sprechen okay schauen wir mal noch in die Schränke rein ich hoffe das geht nee das geht nicht da haben wir noch mal Müll zum verkaufen da noch mal kippen so halt hier der Müll der da rum fliegt so servus Steve Gray aber wenn wir den Druck ausgleichen sollte das Wasser wieder fließen okay nur wo und was wie wo ich glaube ich muss da nach oben oder nee hier okay 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 lass uns jetzt die Zutatenstation suchen alles klar also es war jetzt eher ein Zufall ich hab halt jetzt einfach hier 3, 4, 5 hintereinander ach so 1 und 3 2 und 4 3 und 5 4 und 1 5 und 1 2 ZE ich hab halt einfach noch der Reihenfolge das war Zufall also die Rätsel sind zum Glück nicht sehr schwierig hier in dem Game die kann ich nicht einsammeln so wir sind hier nach oben eingestellt das heißt ah ah jetzt Mico Garden Mico Garden okay schön schön wow also alle Jahreszeiten hier vertreten oder wie Frühlings, Sommer, Halbster und Winter ähm schöne Figur Jajan Priester cool ich bin ja auch gespannt auf die verschiedenen Sachen die wir da so sammeln das lesen wir dann wieder hm eine Truhe ohne Truhe ein Bunny na super der Hase Tony ist sogar hier auf dem Mond haben sie schön gemacht da oben ist Toilettenpapier also ich denke mal dass ich da mit den Kisten irgendwie hoch muss bevor ich die jetzt verklopfe meinen anderen Weg sehe ich da nämlich gar nicht nochmal eine Kiste jetzt haben wir da ein Comic wo ein Comic halt in der Sammlung hinzugefügt da haben wir nochmal was zum buddeln ähm das Papi Jessica okay warte mal also mal weg mit dem Zeug wir müssen irgendwie nach dort oben kommen die Frage ist natürlich wie hm wo könnte man denn da hoch kann ich da vielleicht irgendwo hoch springen man hat ja ähm so einen gewissen sprung ah gut ob man da hoch kommen ne nein entschuldigung vielleicht können wir ja ähm das ganze so machen um die Kiste da hochlegen zum Beispiel und tschack ja hätten wir die schon mal oben die wäre auch fast wieder runter geflogen ähm okay das war nix ach komm stell dich mal nicht so an aber das springen ist hier wirklich schwierig ach okay gut gut jetzt steht ihr nur verkehrt rum würde ich mal sagen jetzt schaffe ich das irgendwie an dem Ding rum stell dich dich erstmal hier ab so dann schnapp ich mir dich oh man sorry wenn ich jetzt ein wenig am rumtüfteln bin ja okay das ist gut ich bin nur gespannt ob das dann auch runter fällt wenn ich das da drauf stelle nein bleib da nicht runterfallen yes hallo Toilettenpapier so in der Art muss ich das wahrscheinlich unten dann auch machen das passt cool oder schöner blick yes alles zerstören alles egal ist nur Holz ist nur Holz ist nur Holz lass es liegen verdammt sammle nicht immer jedes drum ein so jetzt müssen wir runter out of order haben wir noch irgendwas machen müssen ich latsche überall durch ich will da ich will da raus ich will da da will ich raus ich will oh man Leute das ist nicht leicht Hilfe ich will hier raus oh man ihr glaubt gar nicht wie schwer das ist na gut dann müssen wir eben da raus ach wir müssen da sogar her ok cool was sagst du mir suche eine Zutat und gib sie in die richtige Maschine mit jeweils dreien sollte es funktionieren ok wir haben hier anscheinend verschiedene Zutaten also das Zeug kann man nicht zerstören wir haben hier Korn Korn und Korn hier haben wir Reist vielleicht keine Ahnung die kann man zerstören so wir haben hier anscheinend eine Maschine ah Barley das muss dann da oben rein so hier kommt Rye rein und dann und dann Korn so in der richtigen Reihenfolge achso suche eine Zutat und gib sie in die richtige Reihen äh Maschine mit jeweils dreien sollte es funktionieren ah je Barley leider kann ich das halt nur einzeln nehmen na gut das ist ja jetzt halt ein bisschen na komm jetzt ach verdammt ok du hast das gerade so geschafft wieso gerade so Rye war das da ja Nummer 1 ey echt jetzt oder warum schmeiß ich das überhaupt ich will jetzt sofort Lunavid Koan gleich bekommst du deinen Lunavid und der letzte noch ups ey Junk ok ich bin nicht gut im Basketball das merkt man schon so der Lunavid ist hier gleich um die Ecke lass uns zurückkehren der Eingang zum Lunavid sollte wieder offen sein ach so da müssen wir jetzt ok so jetzt warte mal boah nein oh Gott ey hier raus zu kommen das ist dieses schweben da drin in diesen Röhren das ist echt übel man geht mit dem ganzen Körper geht mir da mit so wir müssen nach unten und wir müssen durch die jawohl moonshine wahrscheinlich die moonshine bar Servus benutze dieses Bedienfeld um unseren Galaxy Lunavid herzustellen ich kann ihn fast schmecken ja ja so nah dran Pressure Controller Korn Barley Rye Start Add Barley Ah ich muss dann immer hier schauen dass das hier in dem Bereich bleibt Error Sequence Reset Wat? Sequence Cancelled ähm warum Rebooting sag mir was ich tun soll ja ich kann ihn fast schmecken ja ich kann ihn fast schmecken aber was nah dran nochmal oder Korn Barley Rye Start Ah Ja ist in Ordnung ich glaube ich muss immer wenn das hier aufleuchtet muss ich das dann einfügen quasi also machen wir mal Start Start vazge Ad 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 Ar Art Art C'moin Ich schaue bloß immer, dass ich den Ding hier... Ah, Sequence complete. Okay, cool. Also das war jetzt gar nicht einmal so schwierig gut gemacht. Jetzt können wir wieder nach Hause. Man muss halt einfach immer schauen, dass man diesen Pfeil hier durch den Hebel hier drin hält, in dem grünen. Und immer da drauf drücken, was da aufleuchtet. Also im Grunde auch keine Schwierigkeit, bloß das beim ersten Mal rauszufinden. Das ist natürlich sowas. Das sind einfach nur Behälter. Bevor ich das einsammel, das ist klar. Wahrscheinlich habe ich zu viel von dem ganzen Zeug geschluckt. Hm. Da kann man ansonsten auch nichts machen. Kein Hebelchen drücken oder sonst was. Okay. Galaxy Moonshine. Die würde ich mir selber jetzt gerne reinziehen. Jawohl, Auftragsgegenstand gefunden. Und wir haben, glaube ich, alle Gegenstände gefunden. Jawohl, super. Tatsächlich alles gefunden auf dem Mond. Dir geht es gut? Ich kann ihn fast schmecken. Ja, bald. Nah dran. Moment, wo geht es denn nochmal raus? Ah, dann müssen wir da runter. Jo, servus. Irgendwie muss man diesen... Achso, die sagen immer das Gleiche. Lasst uns mal da reingucken. Also so die üblichen Verdächtigen mit Helm und sowas haben wir. Da haben wir den Todesstrahltank. Der hintere Teil des Todesstrahls besteht aus einem Wasserstofftank, der den Laserstrahl im Gleichgewicht halten soll. Wir haben nochmal einen Softomat. Ich glaube, den hat man auch schon mal. Das hat man schon. Der 3TPO-Stuhl, ein stabiler Besucherstuhl, auf dem es sich bequem sitzen lässt. Er verfügt über einen langlebigen Metallrahmen, der für Festigkeit sorgt und den Stuhl belastbar macht. Dann von dem Anzug kleiden Sie sich wie ein amerikanischer Held. Und machen Sie uns stolz. Reisen Sie zum Uranus oder filmen Sie eine gestellte Mondlandung in realistisch wirkender Kosmonautenbegleitung. Elektrip Ofen Dieser konventionelle Ofen verfügt über ein klares und einfaches Design und eignet sich hervorragend zum Kochen von allerlei Gerichten. Von Aufläufen bis hin zu Waschbären. So, was haben wir hier noch da? Milchiger Ozean Dieses milchige Hauptstück aus Kunstglas sitzt auf einem wunderschönen Kunststoffsockel. Eine exquisite und exotische Dekoration entworfen von Judas Ford. Dann der Laptop für kleine Unternehmen lässt sich dank seines geringen Gewichts von nur 2 Kilogramm wunderbar tragen. Mit leistungsstarken Prozessoren, großem Display. Dann zum Pflanzen, nochmal Monitor. Moderne und zeitgenössische, dekorative Edelstahl, Stehlampe, amerikanische Herkunft mit 2 Jahren Garantie. Und das ist die Größe und das Design machen diese Lampe zu einem schicken Accessoire für Gästehäuser sowie für Büros. Den Thron hatten wir auch schon, den haben wir sogar zweimal hier. Das ist nochmal vom Abzug, was? Hellstorm, achso ja, von der Flammenwerfer. Jeder Hellstorm-Anzug wird unter Verwendung zahlreicher unterschiedlicher Komponenten und hochwertiger Materialien präzise geformt und von Hand zusammengebaut. Jajan Priester, die Nachbildung der Statue einer uralten Kultur, ein Originalstück aus Mellorain County. So, und natürlich das Galaxy Moonshine. This product contains alcohol and is not for sale to people under the age of 18. Alles klar. So, haben wir einiges gesammelt, wir haben alles gesammelt. Wir können... Leave the Map. Yes, so mag ich das. Oh, Sammelobjekte. Leute, Sammelobjekte. Ich weiß, dass ich hier die ganze Zeit was höre. Ey, ich glaube, ich spinne. Ich habe auf alles Mögliche geschaut, ja, aber nicht, dass ich diese dämlichen Türen hier aufmachen kann. Was haben wir denn da? Wand aufhören in der Sammlung. So, das können wir dann auch noch verkaufen. Gut. Mann, oh Mann, dass ich die Tür hier nicht geöffnet habe, ganz ehrlich. Ich habe die ganze Zeit das hier gehört, aber ich wusste nicht wo und da oben war nichts. Ich sage ja, manchmal muss man erst einmal der Nacht drüber schlafen. Leave the Map. Okay, und jetzt habe ich... Was? Ich habe doch jetzt alle Sammelobjekte, oder nicht? Habe ich denn irgendwas vergessen? Das werde ich hier nicht sehen wahrscheinlich. Was habe ich denn, was habe ich denn bitte übersehen? Also gründlicher wie ich, kann man da, kann man noch gründlicher suchen? Ach, scheiße. Okay, zurück, komm. Wir können ja jederzeit wieder auf den Mond. Kostet keinen Sprit, wir brauchen keine Rakete. Wir können einfach so fliegen. Wahrscheinlich muss ich da eh irgendwann nochmal zurück, um einfach noch ein paar Sachen mir zu holen. So, dann würde ich mal sagen, Billy, packe er es rein in die Station. So, wir haben jetzt 34 Artikel da drin. Wir haben zwei Stück zum Reparieren. Den Automaten zum Beispiel. Müssen wir reparieren. Ich würde sagen, ich gehe lieber da vorne herum, an dem Auto vorbei. Äh. Mika. It should work. So. Also, im Grunde hätte man das mit den Reparaturen ein bisschen mehr Material machen können. Aber so viel Zeug, was man da findet. So, wo noch? Wir haben auf jeden Fall ein Teil. Okay, Gegenstand repariert. Ich glaube, den muss ich in die Maschine tun, ne? Ja. So. Nein. Dann haben wir Puzzleteil, Puzzleteil, das zum Reparieren. Das machen wir aber dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Irgendwas müssen wir ja das nächste Mal auch noch machen. Außer verkaufen. Genau. Und dann müssen wir ja den Mondschein auch noch verschicken. Und das lassen wir natürlich spannend bis dahin. Okay, super. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne Kommentare da. Vielleicht habt ihr irgendwo das Sammelobjekt gesehen am Mond. Und ich bin nur dran vorbeigelaufen. Ja, könnt ihr mir ja reinschreiben. Also, Like nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Schönen Tag. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Was auch immer. Ciao, ciao. 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 Ciao.